Ey, Jonas, hast du schon gelernt für die Klausur? Broski, ist das dein Ernst? Bro, scheiß auf Schule! Nein, 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 hör auf, Bruder. Dafür sind meine Eltern nicht hierher gekommen. Bro, deine Eltern sind hierher gekommen, damit du deine Jugend auslebst. Warte mal, woher willst du das wissen? Alles, was ich weiß, ist... ...wir sind fucking Rockstar, yeah! Eihau! So, wie war haben sie vielleicht kein Geld? Nein. Lassen Sie mich. Ich massiere Ohrläppchen für... Polizei! Nein, okay. Ja, ich melde mich dann bei dir. Hallo, Entschuldigung, hallo? Haben Sie Kleingeld? Ab die? Jonas? Was, wie siehst du denn auf, was passiert? Das ist wegen dir, ich bin ein Penner wegen dir, weil ich die Schule geschmissen hab. Ich hab nix mehr. Oh, ich hab auch die Schule geschmissen. Nur mein Vater hat eine Firma und ich hab die übernommen. Was? Ich mach jetzt fett Cash. Du verarschst mich. Hier sind 10 Euro, bau dich auf. Und ey, nicht vergessen, Rockstar. Dann legge ich mir die Firma an. Aber da ist etwas, was er. Oh, ja. hey, das ist ein G 챙 snare, ich sehe mich.